André Agassi plus Steffi Graf, Karriere-Q im Hause Agassi Graf. Die Familie von André Agassi, 52, und Steffi Graf, 53, liebt Sport. Während André und Steffi einst auf dem Tennisplatz berühmt geworden sind. Will Sonja Adengil Agassi, 21, Profi-Baseballspieler werden, und auch Tochter Jadzelle Agassi. 19, hat die sportlichen Gene ihrer Eltern geirbt, doch es gibt noch ein Familienmitglied. Das einen Karriere-Q gelandet hat, Karriere Agassi, 26, die Nichte von André und Steffi, ist eine aufstrebende Künstlerin. Wie auf ihrer Webseite und auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist, stellt die talentierte Tochter von Andrés Bruder Philipp Agassi. 60, Porträts zum Beispiel von Hollywood-Legende James Dean, 24, Heer, ihre Kunstwerke. Die sie selbst als Industrial Pop Art bezeichnet, konnten schon auf Ausstellungen wie der Art Basel in Miami Beach erstanden werden. Laut Arcusport müssen Käufer mittlerweile Summen von bis zu 12.0 Euro für ihre Porträts hinblättern. Ihr größter Fan könnte jedoch ihre Familie sein, so teilte André Agassi bereits auf Facebook ein Foto von sich und Steffi zusammen mit Karta auf einer ihrer Ausstellungen und schrieb zu dem Bild, stolzer Onkel und stolze Tante. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quelle, Facebook.com, Instagram.com, Karta Agassi.com, Arcusport.com.